hallo liebe zuschauer und herzlich willkommen zu diesem neuen food video mein name ist sebastian schulz und ich komme aus schonung bei schweinfurt für neue videos macht gerne das plus weg ja jetzt einmal ein hinweis in eigener sache wenn ihr auf unsere homepage geht habt ihr die möglichkeit also über über die bio über das profil könnt ihr auf die homepage gehen www.videos und fotos.de und wenn ihr da mal ein interessantes video anschauen wollen dann geht mal auf den youtube kanal filme und bilder und schaut euch mal das schlangen video an das kann ich euch empfehlen also das schlangen frau video vom weihnachtszirkus schweinfurt schaut euch das mal an das ist ganz interessant also ich finde es gut genau so ich war ja vor zwei drei wochen im marktkauf und habe dann die wagner pizza gekauft und heute probiere ich die backfrische lax spinat mit joghurt basilikum creme ja genau und die wollen wir jetzt mal testen die habe ich jetzt schon im ofen gebacken pizza stufe 13 minuten und fertig war das ding jetzt schauen wir mal wie das schmeckt also ich muss sagen schmeckt mir sehr gut ich habe gleich den lachs raus geschmeckt und den spinat also von daher gesehen erfüllt die pizza alles was er soll die ist backfrisch ist super die pizza ich gebe dir mal neun von zehn geschmackspunkten weil mir schmeckt die sehr gut genau so jetzt habe ich auch etwas durst bekommen ihr wisst was jetzt kommt genau die gute alte lidl limo diesmal zitrone zuckerfrei versteht sich probieren wir die mal ja die schmeckt auch gut da habe ich immer zwei drei flaschen im kühlschrank und kühlen mir die runter dann schmeckt die schön frisch das ist nicht schlecht ja wenn euch das video gefallen hat gebt uns bitte ein like und kommentiert und teilt das video für neue videos folgt uns gerne vielen dank für eure unterstützung bis zum nächsten video euer sebastian ja das war's gewesen und denkt immer dran dass ihr das schlangen frau video anschaut auf der homepage kann ich nur empfehlen bis dann meine freunde schönen mittag oder nachmittag wünsche ich euch macht's gut oder mahlzeit bis dann ciao ciao